Jansom und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Tournier. Let's go. Mittlerweile habe ich zwei, drei M-Battles schon gemacht und daher auch mittlerweile einfach schon Level 10, was unglaublich ist. Ich frage mich ja immer noch, ob man schneller runtergehen kann. Komischerweise werde ich hier in Level reingesteckt mit Leuten, die einfach Level 300 haben. Das ist kind of weird, wenn man mich fragt. Aber okay. Von wo? Ich dachte, es ist aber Schmutz. Schmutz ist hell. Ich brauche ein bisschen Schutz. Und das zum Heilenden auch gut. Und Munition natürlich auch. Was ist denn das? Wasserbindigung. Schildblaze Junior. Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Dinge sind. Da haben wir es. Ein grosser Schutztrank. Okay. Doch nicht so gross wie erwartet. Ich glaube, wir sind einfach raus aus dem Game. Okay. Dann halt. Wenn es sein muss. Okay. 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 Oh, vielleicht ist es eine blaue Waffe. Keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Ich steig mal mit ein. Oh, shit. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Schmutz. Ich bin ein Schmutz. Ich brauche unbedingt was zum Heilenden. Ich brauche unbedingt was zum Heilenden. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Okay. Ich muss dort andern. Es ist da drüben. Okay. Was habe ich jetzt dabei? Ich habe nichts zum Heilen. Ich bin doof. Ich habe was gewechselt. Was ich eigentlich gar nicht bräuchte. Das kann der Typ da. Nichts spannendes. Oh, wait. Nee. Wie das? Danke. Okay. Wo ist die Wache? Scheiße. No. Ich habe meine Waffe weggeliebt. Niiiice. Die Waffe finde ich schmutz, obwohl sie Gold ist. Na ja. Ich glaube, da müsste man einfach besser zielen. Das sehe ich schon direkt nach dem Leben. Ich soll fahren. Wohin fahren wir? Ich bin da. 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 Als hab ich trübiert. Ich bin da. tschi tvoi serien Niiiice! Niiice! Sollte Wir sind ein gutes Team, würde ich mal sagen. Dann war da oben links gerade jemand. Oh shit. Nein, ich bin da unten. Sie stirbt wahrscheinlich auch gleich. Nein, hau ab! Ja, ich glaube das war's mit mir. Was für den Baun habe ich, ich checke ich irgendwie gar nicht. Heikel! Ah! 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 Oh shit! Danke, 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 danke! Oh shit! Die Waffe ist auch... Shit! Die Waffe ist auch rot, irgendwie. Ich bin da einfach nicht hier drin! Oh shit! Oh! Oh shit! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schafft sie das? Wahrscheinlich nicht Ich bin tot Sie ist auch tot Schade Aber 5 vor Platz Mit Leuten die 400 Level haben, Alter 7 Leute habe ich eliminiert und 8 Assistants Nice Nice, nice, nice Einfach schon Level 12 mit 4 Matches oder so Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Fortnite Battle Royale Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Haut rein, tschüss! Fortnite Fortnite Kämpfe mit Freunden in Fortnite 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 Überlebe bis zuletzt in Battle Royale All das erwartet dich in Fortnite Entschließt! Yes! Boom! Boom! Boom!